Was hast du geklärt? Eine Frau! Junge, ich hab dich geklärt! Die hatte ich gesagt, dass du... Alferstein! Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei. Wow, voll motiviert! Ja, meine Motivation ist dann auch tatsächlich gespunden, nachdem wir dann gemerkt haben, dass du es kaputt gemacht hast. Was bauen wir? Waffe! Du bist eine Waffe! Wir bauen eine Waffe! Alles klar, sehr schön, dass du dabei bist. Leute, ihr hört es vielleicht schon. Wir spielen heute eine Runde Mastermind aus meinem Server. Revenza.tv Und das Thema ist heute Kanone. Hallo Maxi-Fei! Maxi-Fei ist mit dabei. Hi, Alferstein ist mit dabei. Und ich habe extrem Bock, heute in der Runde zu spielen. Alferstein, wie geht es dir denn bis dato? Schön, dass du hier bist. Hallo, ich bin Alfer und ich bin ein YouTuber. Okay. Und sonst so, was gibt es in deinem Leben so Interessantes zu berichten? Erzähl doch mal, gibt es irgendwas Neues? Lass nicht, was willst du jetzt von mir? Maxi-Fei ist auch dabei. Okay, Pippe, Maxi-Fei, wie geht es denn? Ich bin einfach so da, okay? Wie geht es denn dir heute, Maxi-Fei? Erzähl mir doch mal. Super gut. Ja, dir geht es super gut. Das ist natürlich schön. Das freut mich natürlich sehr. Ja, Jungs, wir haben lange nicht mehr zusammen. Master hat das gespielt. Maxi-Fei wollte unbedingt nochmal, weil er halt extrem gut daran ist. Wir sind die beste Crew. Wir sind die beste Crew. Die beste Crew. Das heißt Crew, Alferstein. Nein, eine Crew macht boh. Richtig. Eine Crew macht boh. Stimmt nicht. Weißt du Maxi-Fei? Aber da stimmt schon, ja. Ja, ich weiß, der hat ja recht. Aber manchmal denke ich mir einfach, wieso ich Alferstein mit dazunehme. Verstehst du, was ich meine? Weil irgendwie, also es gibt halt einfach, es gibt halt einfach... Eine Crew macht laut Wissenschaftler. Das ist extrem stark. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Wenn du jetzt mal auf die Map hier guckst, du siehst eine Ente. Ja, richtig. Ach man, Alter. Also... Die macht Quark. Eine Ente macht Quark. Laut Wissenschaftler und einer Studie. Boah, ich verstehe auch nicht, warum ich ihn immer wieder frage, ob er mitspielen möchte. Weißt du? Ich verstehe es wirklich nicht. Ey, Rivi, ich habe eine geklärt. Was hast du geklärt? Eine Frau. Nein, hast du nicht. Ich habe jetzt auch Führerschein und AMG. Nein, hast du... Du hast nicht mal ein Auto. Nein. Ich zeige dir WhatsApp. Guck WhatsApp. Ich kann jetzt nicht in WhatsApp gucken, Mann. Wir nehmen doch gerade auf. Ich habe ein bisschen geklärt. Mann, wir nehmen doch gerade auf. Ich will jetzt nicht in WhatsApp reingucken, Alter. Es geht hier um Zeit. Ich will nicht ihr Instagram sehen. Es ist echt nett, dass du mich fragst. Aber ich möchte... Ist doch schön. Wenn du jetzt eine Freundin hast, herzlichen Glückwunsch. Ich befürchte aber einfach mal... Guck mal, Maxi Fall. Guck mal, Maxi Fall. Weißt du, was... Das ist ja mein Samachspruch. Ich habe die geklärt. 100% die Zweite. Ich habe ein extremes Problem hier gerade Zeit. Ich habe noch nichts gebaut. Ich habe noch nicht mal einen Reifen von dieser Kanone gebaut. Weil ich die ganze Zeit auf so eine Sch***... Ach, das ist so eine Kanone? Was baust du denn für eine Kanone? Äh, eine Pistola. Ja gut, das... Ja. Das geht noch, oder? Okay, Alphastein, pass auf. Ich sage dir jetzt eins. Ich möchte mich jetzt hier auf Masterniveaus konzentrieren. Ich habe das lange nicht mehr gespielt, okay? Ich möchte jetzt einfach hier was Anständiges zustande bringen. Und ich würde es sehr respektieren, wenn du das vielleicht auch versuchst, okay? Kam keiner. Okay, ich glaube, er ist traurig jetzt. Du hast ihn verärgert. Gut, da kann ich dann an der Stelle nichts für. Da muss ich dann noch ganz ehrlich sagen, juckt es mich persönlich weniger. Gut, Alphastein, bist du noch da, oder nicht? Das ist doch traurig. Mach mal Mut. Oh, Alter. Okay, dann meinst du ja schon nicht traurig. Guck jetzt Instagram, äh, WhatsApp. Nein, Mann, ich bin mich immer noch reif gebaut, Alter. Hör doch mal auf, Mann. Ich hasse das. Beste Einfachspruch, guck. Ich schaue es mir später an, versprochen. Nein, jetzt in der Aufnahme. Nein, ich gucke es mir nicht jetzt in der Aufnahme an, Alter. Wo ist dein Handy, wo? Wo ist dein Handy, wo? Mein Handy ist, wo, wo ist dein Handy? Ah, Maxify, bitte. Mann, kannst du nicht auch mal eben was sagen? Kannst du nicht irgendwie helfen oder sowas, Alter? Ja, ich weiß nicht, wie ich helfen soll. Ich muss ein bisschen ruhiger sein. Ich weiß echt nicht, wie man damit umgehen soll. Alter. Okay, Maxify. Er ist zum Hund geworden. Wie geht es denn, wie geht es denn mit deiner Kanone gerade voran? Läuft da alles? Äh, es sieht sch*** aus. Aber ich mache, ich gebe mir Mühe. Okay, sehr stark. Alvar, was tust du da? Ich verstehe, ich verstehe diesen Menschen wirklich gar nicht mehr. Also wirklich, ich bin... Guck auf dich. Perfekt, gut, dass wir das geklärt hätten. Ich bin wirklich komplett überfordert damit. Ich weiß gerade, ich bin auch gerade echt schlecht im Master, aber das muss ich... Oh mein Gott, sieht das sch*** aus. Ich habe jetzt einen Vertrag. Was? Nein, mit... Was? Vertrag mit der Entertainment-Label. Popo AA. Meine neue Entertainment-Firma. Popo AA. Ja. Maxify, kannst du mir bitte sagen, dass ich nicht der Einzige bin, der das seltsam findet, Alter? Ich finde es ausärzt. Ja, du gönnst dich, du gönnst dich. Meine Kanone sieht echt aus wie Kotze, ne? Wirklich, also das ist echt richtig schlecht, was ich hier gerade mache. Wer hat gefragt? Es geht darum, im Video auch ein bisschen Kontext zu liefern, was man hier gerade tut, Alphastain. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Runde Master mit das gespielt hast. Perfekt. Hast du? So viel dann dazu an der Stelle. Gut, Alphastain, was gibt es denn sonst noch Neues außer deinem Popo? Warum? Ich dachte, ich soll nicht reden. Dann red mit Maxify. Maxify, wie geht's? Erzähl mir doch mal, was du so Schönes machst, Maxify. Was gibt es bei dir Neues? Also ich, im Leben, also ich werde auf jeden Fall eine Madeira ziehen. Da steht auf jeden Fall ganz klar fest. Ja. Loll. Wegen dem Wetter, ne? Nur wegen dem Wetter, ja. Ja. Und wegen Ungern natürlich. Genau, nicht wegen anderen. Wir reden nicht über Steuer. Was genau, wir reden nicht über Steuer. Ja, ne, und sonst so Maxify, sonst alles, aber alles soweit ist gut bei dir, sagst du. Ja, sonst alles gut, ich hoffe bei euch auch. Ja. Hör mal, mir geht's sehr gut, ja. Ich hab jetzt ne Freundin. Alter, ich bin so gut. Krivi, du wirst stolz auf mich sein. Perfekt, ich hab deutlich zu viele Partikel dran gemacht. Die komplette Kanone ist versteckte Partikel. Nice. Ja. Die ist gut. Die find ich nice. Weißt du, meinst du das bisschen verlieren, weil ich nicht ne richtige Kanone gemacht habe? I really like, I really like. Ich weiß nicht, ich find's ganz nice. Ich hab's so gut gegeben. Ich fand's gut, ja. Ich hab's gebaut. Pazier, Alter. Sehr gut. Die Kanone versteh ich nicht. Das ist ne TNT-Kanone, aber das ist schlecht. Also, tut mir leid. Ach so, das ist... Ja, also die würde halt tatsächlich funktionieren, aber sie schießt halt nicht, weil hier Redstone halt nicht funktioniert. Aber ja... Ja, sorry, ich bin da nicht drin. Ich weiß nicht. Also, er hat Küche gelesen. Perfekt. Super. Ja, ich find's nicht so geil. Ich bin... Krass. Krass. So, so... So macht man das aber nicht mit krass. Das ist nicht von mir. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist nicht so nice, wie ich es jetzt erwartet hätte an der Stelle. Also, da muss ich sagen, meins... Das ist nicht meins. Du hast eine Pistole gebaut. Das sieht wirklich schlechter aus. Ja, so würde ich doch keine Pistole machen. Meine sieht schlechter aus. Eine Kuh macht immer noch Müll. Mexi, weil hast du das gebaut? Nein, nein, hab ich nicht. Das ist so schön. So süß. Das ist voller Ballou. Oh, Alter. Das ist so süß. Weißt du, das Ding ist, ich nehm wirklich einmal im Monat mit Alphastein auf. Und das ist genau derzeit, wo ich das größte Stress-Pigieresmal habe. Weißt du, was ich meine? Das... Wie gefällt dir das, Riri? Du schießt mich ab. Loll. Komm. Ich geb mal ein bisschen. Ich bin nicht gut im Minecraft. Games. Also, ich bring dich einfach um. Creator Code als Act. Ah, Mann, Alter. Es ist einfach richtig unangenehm. Bitte, Leute, alles lesen. Mann, was ist das denn hier, Alter? Alphastein, hast du das gebaut? Alphastein? Das sind für mich keine Kanonen. Also... Alphastein... Hallo! Was versteht die Unterkanone? Was verstehst du Unterkanone? Er hat eine Küche gebaut. Guck, WhatsApp. Was ist denn im WhatsApp, Alter? Ich dreh gleich durch. Hallo, Bella. Würdest du Minecraft spielen wollen? Ich lade dich hiermit ein, falls du keine Kanonen bekommst, einen von mir. Jetzt hast du Mrs. Bella geschrieben. Guck, geklärt. Die wird mir antworten. Nein, wird sie dir nicht, Alter, weil du ein Bot bist. Und ich sag dir jetzt eins. Wir spielen gleich noch eine Runde, Alphastein. Und wenn ich gleich nochmal sowas von dir sehe. Es ist Weihnachten. Ja? Es ist eine Zeit des Friedens und nicht der Bulgarität. Dann wirst du hier weggebannt von mir, okay? Haben wir es verstanden? Und gewonnen hat Maxify. Verstehe ich nicht. No. Hey, wait. Ehrlich? Wo steht das? No way. Ich habe zum ersten Mal gewonnen. Perfekt, Maxify. Alphastein, haben wir uns für die nächste Runde verstanden? Oh mein Gott, ich bin so happy. Alphastein, pass auf. Guck mal, der leuchtet. Möchtest du mir vielleicht erzählen, was du... Alphastein, willst du mir vielleicht erzählen, was du an Weihnachten geplant hast? Warum ich? Wir bauen eine... Ja, von mir ist... Bauen wir halt eine Küche. What the f***? Kein Problem mit einem Baumwert eine Küche. Also, es ist kein Ding. Wir bauen eine Gabel. Okay, alles klar, gut. Alles der Oberbegriff Küche und dann ist halt eine Gabel Teil des Ganzen. Achso, okay, okay, okay. I got it, I got it. Du bist voll motiviert, weißt du das? Nee, mich kotzt einfach an... Wieso bist du YouTuber? Mich kotzt einfach an, dass ich mit dir hier spielen muss. Nein, ich wollte einen Keramiktisch machen. Ein Tisch oder ein Tisch? Tisch. Ein Tisch. Ich kann das nicht aussprechen. Ey, mach nicht mal... Kannst du nicht? Nee, ich kann das nicht aussprechen, Alter. Ich habe genau das gleiche Problem wie du. Wie heißt das Terrakotta? Alphastein, möchtest du mir vielleicht erzählen, was du an Weihnachten geplant hast? Äh, ja, ich wollte dich mit Freunden treffen und wir wollten zusammen in den Weihnachtsmarkt gehen. Wir wollten uns, äh, Nummern austauschen. Ihr habt doch schon eure Nummern, wenn ihr zusammen am Weihnachtsmarkt seid, oder? Also ich meine... Nein. Also, wie... Wenn das ja deine Freunde sind, dann werden die ja wohl deine Nummer haben, oder? Wir klären uns da Mädchen. Achso, und du möchtest die Nummer von Mädchen klären? Ich bin, glaube ich, endlich bereit. Für was? Für Mrs. Bella? Für eine Frau. Ah ja, und du möchtest Mrs. Bella ranknälen, oder? Nee, die antwortet nicht. Die ist abgehoben. Darf ich die Nachricht hier einfach mal einblenden? Perfekt. Die Nachricht ist hier einmal eingeblendet an der Stelle, Leute. Okay, alles klar. 40.000 Euro Strafe. Okay, perfekt. Ich verstehe an der Stelle auch gar nicht, warum Mrs. Bella da nicht antwortet, Mensch. Also, das ist für mich wirklich... Du bist neidig. Du bist verliebt. Du bist neidig. Du bist verliebt. Weißt du, ob ich das schon von dir hören musste, Alter? Macht alles überhaupt keinen Sinn. Diese Unterhaltung mit dir ist kompletter Schwachsinn. Du bist neidig auf den Erfolg. Genau, ich bin neidig auf den Erfolg. So ist es und so wird es immer bleiben. Maxi, was hast du denn so über Weihnachten geplant? Ich muss meine Familie einfach feiern. Perfekt. Das klingt doch... Guck mal, das ist ne ganz plausible normale Antwort, Alphastein. Das ist gut. Warum bist du... Warum bist du kein normaler Mensch wie jeder andere? Ich verstehe es nicht. Ich würde mir einfach wünschen... Ich bin normal. Nein, du bist nicht ansatzweise normal. Ich weiß, ich weiß. Perfekt. Gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Mir wurde immer gesagt, dass ich besonders bin. Hat der das mit meinem Namen immer gesagt? Besonders schön, besonders gut. Ich bin nicht so wie die anderen. Ich bin nicht so eine. Du bist nicht so eine. Naja, also du bist so ein Kerl, also... Sie hat geantwortet. Sie hat nicht geantwortet. Oh mein Gott. Mrs. Bella hat dir nicht geantwortet. Hat sie? Oh mein Gott, ich hab ihre Nummer. Ihr willst eine Audi hören. Sie hat mir ein WhatsApp an der Audio geschickt. Alles klar, hau mal raus bitte. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Alphastein, das ist ein Video von Mrs. Bella. Nein, das ist die Audio. Nein, das ist nicht. Das ist absolut kein Audio. Das war gerade ein komplett normaler Videoclip. Sau unangenehm. Extrem. Ey, warum gönnst du dich reden? Ich hab einmal Erfolg in meinem Leben. Endlich meine Frau an meiner Seite. Und dann sagst du sowas. Warum bist du so einer? Ehrlich jetzt. Real talk. Ich bin ja nicht so einer. Es macht halt einfach nur keinen... Du gönnst dich. Ach nee. Perfekt. Mein Gebot sieht sehr schön aus. Man versteht glaube ich, worum es hier geht an der Stelle. Gut, okay. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Hand, die eine Gabel mit Brokkoli in der Hand hat. Ich find's meh, weil die Hand ein bisschen weird aussieht, aber an sich ganz schön. Alphastein, kannst du die DNA-Videos einfach im Hintergrund ausmachen? Das wär super wirklich. Das wär... Das wär grott. Äh, steuer ins G. Wer auch immer, Alter. Oha, Junge. Er hat einfach ein ganzes Schwein gebaut, der Ehrenbruder. Guck mal. Oha. Das finde ich sehr gut. QDH. Die Gabel sieht nett aus. Das ist bestimmt Rebis. Sieht geil aus, die Gabel. Muss man ganz ehrlich sagen. Wieso willst du Edgar essen? Ich hasse Edgar. Ich sag das Palutin. Ich hab' ja gespielt. Hast du das gebaut, Alphastein? Ich hab' nicht gebaut. Perfekt, gut. Slash, bann, Alphastein. Alphastein ist rausgegangen. Gut, dann haben wir das auch gebannt. Perfekt. Alphastein. Wow, das geht nicht mehr. Alphastein, du wurdest gerade an der Stelle von meinem Server gebannt. Hehe, denk nicht. Doch, du wurdest gerade genau... Hehe, nein. Ja, es ist mir egal. Ich hab' dir eben gesagt, dass du so eine... Du weißt, wer ich bin. Du sollst sowas nicht bauen. Nee. Nummer eins in meinem Server. Los, ich bin echt gebannt. Ja, ich hab's dir gerade gesagt, dass du... Hey, hey. Alphastein. Nein, du hast jetzt eine Bedenkzeit. Warum bin ich gebannt hier? Maxifa, ich... Ich geh jetzt in TS-Support. Ich geh in TS-Support. Du bist so unerartig. Du darfst nicht in den... Ich geh. Du bist vom Admin gebannt worden, Alter. Alphastein, es bringt doch nichts. Wo ist dein Channel, wo? Hey, Mann, das... Sag mir, wo dein Channel ist. Das hast du sehr gut gemacht, Alphastein. Äh, Maxifa, es tut mir wirklich leid gerade für den ganzen... Für den ganzen Pain hier. Das ist einfach unglaublich, unglaublich schmerzhaft. Der ist jetzt wirklich da runter in diesen S*** Team-Sweet-Channel und... Ja, der Typ sieht auf jeden Fall Hungry-S*** aus, Alter. Ich find's auch gut, actually. Aber es ist halt mehr so... So mit dem Griff? Ja, ja, ja. Aber was ist der da? Einfach eine fette Knospe. Brokkoli. Hier haben wir keine... Wo ist die Gabel? Ja, perfekt. Doch, das soll die Gabel sein. Ist schlecht. Er ist meh. Maxima, es ist schlecht, Alter. Tut mir leid. Also, es gefällt mir nicht. Ich glaube, ich glaube, ich habe gewonnen tatsächlich, ja. Also, es würde mich wundern, wenn nicht... Gut, Leute. Ähm, dann schauen wir mal ganz kurz, wer hier... Ach so. Ja, ein Dude, der eine Gabel in den Burger steckt. Tut mir leid, da kann ich nur Augengriffs vergeben, weil einen Burger isst man nicht mit Messer und Gabel, sondern mit den Fingern. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Genauso wie man seine Pizza mit den Fingern isst, Pasta mit den Fingern, ähm, und eigentlich alles. Pasta mit den Fingern? Natürlich, Spaghetti macht man immer um den Daumen drum, what the f***. Ach ja, Suppe isst man auch mit Dings, oder? Und gewonnen habe an der Stelle. Ich, perfekt. Leute. Ich bin da wirklich, ich bin da wirklich... Alphastein. Alphastein. Äh, was? Äh, ich wurde gebannt, hallo? Alphastein, das ist nicht der TS-Support, hier ist Revi. Dein Bann ist jetzt erstmal semi-permanent. Du kannst dich gerne im Forum melden und dann schauen wir weiter, ja? Ich hab dir gesagt, dass du kein... Alphastein, ich musste dich jetzt spannen. Perfekt, danke, dass du dabei gewesen bist. Mach's gut, auf Wiedersehen. Maxify, schön, dass du dabei gewesen bist. Danke für dieses wunderbare Video. Immer wieder, gerne. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit, meine Freunde. Auf Wiedersehen. Nutze meinen Creator-Code, folge mir im Instagram. Bis dann. Tschüss, Leute. Bye, bye. Tschüss. Tschüss, girl. Musik 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 Vielen Dank.